Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch endlich das Rezept für meine aller, allerliebsten Waffeln. Die sind wirklich fluffig, saftig und einfach ein Traum. Ich esse sie am allerliebsten mit Kirschkürze, Sahne und einer Kugel Eis. Die Kugel Eis hatte ich jetzt heute in dem Fall leider nicht da. Aber wenn ihr wissen wollt, wie man die Kirschkürze selber herstellt, das Video verlinke ich euch unten in die Infobox. Das habe ich euch nämlich schon mal gezeigt. Und jetzt geht's los mit den Zutaten und der Zubereitung und die Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox. Für den Waffelteig brauchen wir Milch, Mehl, weiche Margarine oder Butter, Eier, Zucker, Vanillezucker, eine Prise Salz und Backpulver. Und los geht's mit der Zubereitung. Dafür geben wir die Margarine oder die Butter in eine Rührschüssel, zusammen mit Zucker, Vanillezucker und der Prise Salz sowie den Eiern. Und ich benutze normalerweise auch gern ein bisschen Zitronenabrieb. Ich habe jetzt leider keine Bio-Zitrone mehr da, deswegen geht das nicht. Aber macht ihr das unbedingt rein. Und jetzt rühre ich einmal alles schön schaumig. Dann kann es weitergehen. Ich habe Mehl mit Backpulver schon vermischt. Und gebe Mehl und Backpulver jetzt während des Rührens mit der Milch abwechselnd nach und nach hinzu. Und fertig ist der Waffelteig. Dann können wir unsere Waffeln ausbacken. Dafür habe ich mir jetzt mein Waffeleisen jetzt auf höchster Stufe heiß werden lassen und nehme es dann runter auf mittlere Stufe. Meine hat sechs Stufen und ich nehme den jetzt mal so ab Stufe 4. Wenn es zu heiß ist, kann ich dann später immer noch runterschalten. Dann gebe ich so ein ganz kleines bisschen Speiseöl rein und verteile das mit einem Pinsel auf beiden Seiten. Jetzt kann der Waffelteig rein. Und achtet dabei darauf, nicht zu viel reinzugeben, sonst kann das Ganze ganz, ganz schnell überschäumen. Zuklappen und goldbraun werden lassen. Und wenn die Farbe erreicht ist, nehmt ihr die Waffel einfach raus. Am besten gebt ihr die Waffel auf einen Abkühlrost und dann wieder einfetten und weitermachen, bis der ganze Teig leer ist. Wenn die Waffeln fertig sind, könnt ihr diese portionsweise auf Teller geben, etwas Puderzucker darüber streuen, einen Tupfer aufgeschlagene Schlagsahne drüber spritzen und natürlich etwas Kirschgrütze dazu servieren. Die darf meiner Meinung nach nicht fehlen und eine Kugel Eis wäre jetzt wirklich perfekt dazu. Die Gestaltung meines Fotos ähnelt übrigens dem Foto von meiner lieben Freundin Chrissy aus dem Kanal Kochkino. Checkt doch auch unbedingt mal ihre Seite ab. Sie hat seit Ewigkeiten schon ein Waffelrezept drinne. Und ich verlinke euch ihr Rezept und ihren Kanal unten in die Infobox. Fertig sind die leckeren Waffeln. Und falls ihr in Zukunft mehrere Waffelrezepte sehen wollt, denn ich habe noch einige Auflager, dann gebt mir doch gerne Bescheid. Und falls ihr dieses Rezept mal ausprobieren solltet, würde ich mich wie immer über eure Fotos freuen. Gerne mit dem Hashtag CookBakery auf Instagram. Und jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss!